Hallo, liebe Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch in diesem Video ein bisschen was über den besonderen Adventskalender von Equiva erzählen. Und zwar ist das dieser hier. Vielleicht kennen ihn einige von euch schon vom letzten Jahr, aber ich möchte trotzdem noch mal ein paar Worte dazu sagen, weil da einfach eine große Aktion dahinter steckt, die man auf jeden Fall unterstützen sollte. Mit dem Kauf des Adventskalenders spendest du 5 Euro für die Initiative Reiten gegen den Hunger, wo den ärmsten Kindern der Welt geholfen wird, die einfach nicht genug zu essen haben. Also die 5 Euro sind auf jeden Fall gut investiert. Mit Hilfe von vielen Firmen, wie zum Beispiel der Reiter Revue, Horse & Dreams und der Equitana, wurde dieser Adventskalender sozusagen ins Leben gerufen. Der Adventskalender funktioniert ähnlich wie ein Los. Und zwar hat jeder Kalender auf der Rückseite eine eigene Adventskalendernummer, also die individuelle Gewinnnummer. Ja, Equiva und natürlich auch ihr öffnet dann jeden Tag ein Türchen, seht dann, was es für den Tag für Preise gibt. Und die Equiva lost dann die Gewinner aus und gibt sie auf der Homepage bekannt. Das heißt, ihr müsst einfach nur jeden Tag vorbeischauen und hinter dem geöffneten Türchen schauen, ob da vielleicht eure Nummer steht. Und wenn eure Nummer da steht, setzt ihr euch einfach mit der Equiva in Verbindung und bekommt euren Gewinn zugesendet. Es sind ganz viele tolle Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro mit dabei. Zum Beispiel von HV Polo, Spooks, Eurostar und so weiter. Also ganz viele Marken sind mit dabei. Die Initiative Reiten gegen den Hunger beführt sich auch viele große Reitsportler einsetzen, sammelt auch das ganze Jahr über auf großen Turnierveranstaltungen immer wieder für die Welthungerhilfe. Und wenn man natürlich jetzt außerhalb oder unabhängig von diesem Adventskalender etwas für die Initiative tun kann, kann man gerne auch mal im Internet nachschauen. Und da gibt es natürlich auch ein extra Spendenkonto, wo man auch helfen kann. Und wo es dann auf jeden Fall auch die armen Kinder erreicht. Mit dem Kauf dieses Adventskalenders hat man also nicht nur die Möglichkeit, selbst etwas Tolles zu gewinnen, kurz vor Weihnachten oder an Weihnachten, sondern hilft auch noch den notbedürftigen Kindern auf dieser Welt, was ich eine super Sache finde und was, finde ich, auf jeden Fall unterstützt werden sollte. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auf die Aktion aufmerksam machen und vielleicht den einen oder anderen dazu bringen, sich diesen Kalender zu kaufen. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!